Wir haben in der Koalition das Baukindergeld jetzt auf den Weg gebracht. Für Familien mit Kindern bedeutet dies eine erhebliche Entlastung auf dem Weg zum Wohnungseigentum. Wir beginnen am 01.01.2018, also rückwirkend können jetzt Familien den Antrag stellen und es wird bis zum 31.12.2020 dauern. Und in dieser Zeit pro Kind 1.200 Euro im Jahr, zehn Jahre lang, also 12.000 Euro. Und das, finde ich, sollte Familien motivieren, den Weg ins Eigenheim zu starten.